Yo, moin Leute, was geht? Hier habe ich ein etwas anderes Video für euch am Start. Jedes Jahr stellt sich die Frage für Call of Duty Spiele aufs Neue, mit Schalldämpfer oder ohne. In Black Ops 3 ist es nun so, dass der Schalldämpfer auf jeden Fall die Waffe verändert vom Damage-Bereich her. Das Ganze mache ich mit meinem Kollegen Basti aka Mordglade. Seinen Link werde ich auf jeden Fall in die Beschreibung reinhauen, denn er hat nicht nur die Idee gebracht, sondern er hat das Video auch noch freundlicherweise mit mir gemacht, deswegen nochmal vielen Dank. Das war jetzt gerade die ICR Weitschuss ohne Schalldämpfer, das waren 5 Hitmarker. Das Ganze machen wir jetzt nochmal über die gleiche Distanz auf der gleichen Position mit Schalldämpfer. Und wie man sieht, werden es jetzt wieder 5 Hitmarker sein, also im Weitschuss verändert sich die Sache nicht so wirklich dramatisch. Ich finde 5 Hitmarker allerdings schon relativ kritisch, wenn man überlegt, wie schnell man in diesem Spiel stirbt. Das Ganze machen wir jetzt nochmal auf Medium bis kurze Distanz. Wie man sieht, sind es jetzt wieder 5 Hitmarker mit dem Schalldämpfer. Ja, die ganze Sache nochmal ohne Schalldämpfer sind dann 4 Hitmarker. Also ohne Schalldämpfer spielen bringt nur was auf kurze Distanz. Ansonsten ist der Damage relativ gleich. Und falls ihr euch schon mal gefragt habt, warum die Leute per Headshot nicht sterben im Multiplayer, naja, das spricht für sich selbst. Haut da rein!